Ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Geh nicht weiter. Gut, ich bin froh, dass ihr mundig genug seid, an mir vorbeizugehen. Ich bin froh, dass ihr feige genug wart, um nichts dagegen zu unternehmen. Gut, was für eine Falle ist das, Drache? Was erwartet mich auf der anderen Seite dieser Türe? Ich habe getan, was mir befohlen wurde, aber ich werde nicht mehr tun als das. Euer Durchgang wird meinem Meister missfallen, was mir sehr gefällt. Gehabt euch wohl im verlorenen Kanaglim. Wer ist der Meister, von dem ihr sprecht? Ich kann nichts über ihn verraten, solange er mein Wesen kontrolliert. Er zwingt mich, jeden seiner Befehle zu befolgen. Äh, ja, wenn das so ist, werde ich nach eurem Wesen suchen und ihm die Gewalt darüber entreißen. Dann werdet ihr frei sein. Gehe ich jetzt, bevor eure Anriesenheit bemerkt wird. Jetzt wird ihr in den Raum wieder in den Drachen gelangen und herausfinden und werden kontrolliert. Oh Gott, das ist noch ein Gebiet. Jahre des Rostens haben die Türen eine Mauer verwandelt. Sie wird sich weder für euch noch für irgendjemand anderen öffnen. Wie groß ist das hier? Geht so, okay. Naja, Kanaglim klingt ein bisschen wie Gauntlergrim. Die große Zwergenstadt. Großer Daumen, hat irgendjemanden zerquetscht? Oh. Ach, da hinten ist auch noch ein Geist. Hallo. Hmm. Ich bin Geschenk. Ich bin Geschenk. Ich bin Geschenk. Der Rad hat keine Munition mehr. Auch mal was Neues. Ich blöde. Geh' mich. Ja? Wie kann ich helfen? Let's see how long you last. My aim is true. We're better off without him. I hear your call. Nicht gut. Habe ich die Falle jetzt schon entschärft? Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Sieht doch noch aus. Worum geht es diesmal? Ja, sieh' mir. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich bin Dostoi. Ha! My aim is true. Be direct. Hi there. I'll. I'll recover. Man, das ist nervig hier. My next swim. No problem. Worum geht es diesmal? Bleed. Ja? Wie Ihre hat... Okay. Ihre hat... Nee, Ra... Nein. Na... Seid ihr bereit, dem Willen des Meisters zu folgen? Nein, oh Götter, bitte tut das nicht. Was zu dem Hell ist das jetzt? Was zu dem Hell ist das jetzt? Do not struggle. Surrender your life to us. Wehrt euch nicht. Wehrt euch nicht. Gebt uns euer Leben und ihm euren Körper. Faszinierend. Nicht das Wort, das ich gewählt hätte. Wir sollten hier verschwinden, bevor diese Färnen uns bemerken. Gebatet in den Wassern von Nepenthe, das Selbstverloren, die Seelen vom Körper entrissen, dient dem Willen des gespaltenen Königs und sagt... In Avernus Schatten, ich wurde wiedergeboren. Was war das, was ist gerade passiert? Bring mir das nächste Opfer. Ja, hier werden Zombies gemacht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das ist es? Das ist es, das Portal zur Fugengebung. Das ist kein... Oh, es ist ein Brunnen. Das macht mehr Sinn. Nicht sehr viel mehr Sinn, aber ein wenig. Ich muss hier herankommen. Da sollte der Doris mal im Kopf heraus und in die wirkliche Welt hineinkommen können. Glaube ich jedenfalls, hoffentlich. Äh, so und trink mal einen Schluck. Oh, da kommt der Doi. Äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ihr seid nun ein Geist, ihr seid ein klein wenig tot. Eigentlich mehr als ein wenig. Und ich vollkommen würde es besser treffen. Ah, ja. Und jetzt, dass du es erwähnt hast, ich glaube, dass ich sterbe. Blöde, unbekannte. Ich konnte es nicht auf der schlechten Zeit haben. Ah ja, nun da ihr es erwähnt, erinnere ich mich, wie ich starb. Verdammt unpassend. Hätte zu keinem schlechtere Zeit geschehen können. Also egal, was wir getan haben, wir konnten euch nicht retten. Und ihr wusstet es. Ihr habt Wochen damit verbracht, mich ohne einen Grund in den Wahnsinn zu treiben? Du hast dich für vieles zu verantworten, Adol. Fairerweise gesagt, haben wir in der Vergangenheit schon sinnlosere Dinge ohne Grund gemacht. Was geschehen ist, ist geschehen. Adol wird dich nicht länger verfolgen. Machen wir uns auf den Weg. Nehmen wir mal die drei. Schweigt, Freundchen, ich will das nicht hören. Ich kann euch nicht glauben, Adol. Wenn ihr nicht bereits tot wird, würde ich euch selbst töten. Oh, es gibt keine Chance für das. Total unnötig. Es war etwas, was ich dir wollte. Die Tod macht die Erinnerung ein bisschen faszinier. Ah, das? Wie ich sterbe. Ich war tot tot. Ich habe roten Gehirn. Naja, na, na, dazu steht kein Anlass. Hm, völlig unnötig. Das war etwas, was ich euch sagen wollte. Ah, der Tod macht das Gedächtnis ein wenig verschwommen. Ah ja, wie ich gestorben bin. Ich wurde von den roten Magiern zu Tode gefoltert. Was? Was? Es war ein wenig verwirrend, aber ich habe ein wenig verwirrend, während verschiedene inneren Organe aus meinem Körper gerissen wurden. Ich glaube, ich werde krank. Sei vorsichtig, Nera. Warte auf euch und andere wilden Magier. Die Ordnung von acht Staves ist gekommen. Sind vorsichtig, Nera. Achtet auf euch und andere Haserdürer. Der Orden der acht Sprossen naht. Der was naht? Der Orden der acht Staves, die sie sich nennen. Ich denke, ich war mildly evisceratet at the time, which does rather tend to distract. Na, sehr schön. Der Orden der Art Sprossen, wie wir sie sich selbst nennen, glaube ich. Ich war zu der Zeit ziemlich ausgeweidet, was einigermaßen ablenkend ist. Well, there's little I can tell you, but be wary. Ever vigilant. If you are attacked, strike back instantly and without mercy. Or flee. Es gibt wenig, was ich euch sagen kann, aber seid auf der Hut. Immer wachsam. Falls ihr angegriffen werdet, schlagt sofort und ohne Gnade zurück. Oder Fede, ihr werdet schon wissen, was das Beste ist. Hört sich an, als ob ich das müsste. Danke, Nera. Spendung Eternity in diesem Ort wird viel weniger schmerzhaft, als wo ich war. Danke, Nera Brenui. An diesem Ort die Ewigkeit zu verbringen, wird viel weniger qualvoll sein, als dort, wo ich war. Geht in Frieden, Adoy. Wir gehen jetzt. Solltet ihr Kanaklim jemals leid werden, besucht uns mal. Ich kann hier jetzt nicht weg. Ich bin an diesen Ort gebunden. Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Passt auf euch auf, kleine Wilde. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Tut, was ihr könnt, um andere zu beschützen. Das werde ich. Nun, das war... Ich weiß nicht, was das war. Alles in Ordnung, Nera? Auf der anderen Seite ist meine Hände nicht mehr in zwei. Also, da ist das. Mir geht es gut. Die verdammte Welt ist das Problem. Das Positive ist, mein Kopf ist nicht mehr gespalten. Das ist zumindest etwas. Aber wenn Adoy ist richtig, wenn die rote Wizarden wirklich kommen, sollte ich lieber vorbereitet sein. Wenn ihr gehen müsst, ich werde euch vermissen. Aber ich verstehe. Was? Was? Ihr wollt mich jetzt verlassen? Jetzt? Vorbereitet, indem ihr mir... Vorbereitet, indem ihr mir helft, Keder zu zerschlagen. Keine rote Mage könnte eine größere Bedrohung bedeuten. Äh... Ihr habt mich in Brückenfort gerettet. Ihr habt mir mit Adoy geholfen. Ich werde euch nicht verlassen. Bis Keder erledigt. So was geben wir. Wir haben viel zu tun. So, Adoy's Geist hat den Verstand verlassen. Hi, was ist mit euch? Brüder, Kerion, wir sind nicht alleine. Tötet sie. Oh, da kommen ja noch mehr. Er muss sterben. Tötet den Helm, sodass unser Meister... sich erneut erheben kann. Tötet den Helm, sodass unser Meister nicht verlassen wird. Worum geht es dir besser? No problemo! Ja? 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 Ja! 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 Okay, wo war mein letzter... Achso, hier war mein letzter Quicksave. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Your plans are too grand, Kerion. It can't be done. Meine Pläne sind zu groß, Kerion. Das kann nicht geschehen. It can and it will. Kann es und wird es. Die Belager draußen werden alle zu meinen untoten Dienern. Ich werde da nicht mitmachen. Heffernan wird außer sich sein. Ihr werdet euch mir beugen, oder ich verfütte euch an den Geist des Drachens. Verstanden? Ja, Herrin.